Wunderschönes Wetter. Ich habe Lust zu sondern. Und wo gehe ich hin? An den Altmüll. Wunderschönes Wetter. Bläu. Wahrscheinlich ein Siegel, glaube ich. Hört sich für 10 Cent an. Wahrscheinlich an der Oberfläche, wenn es ein doppelter Loop macht. Oder ein Aluminiumdeckel. Hört sich an wie und ist nicht. Es hört sich täuschend an wie eine 2 Euro Münze. Aber es kann auch eine Alu-Verschraubung sein. Und das ist. Und das ist. Und es ist Alu. Ich habe zuerst gedacht, dass es Silber ist. Aber es ist zu leicht, gerade zu bekommen. Wahrscheinlich Schmuck aus Alu. Das ist aber eine geile Idee. Raucherservice. Einfach Aschenbecher nehmen und alle Mucken da rein. Dann ist einfach der Strand sauber. Super Idee. Und es ist 1 Euro. Und dass wir sicher sind, nehmen wir den Pinpointer und suchen wir nochmal durch. Das war's. Schauen wir mal nach. Pinpointer ist an. Schau dich an der Seite. Hier. Und das ist ein... Was sieht man da? Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich hier baden gehe, zweimal die Woche, ich fühle mich wacher, fitter. Ist besser als jeder Kaffee. Also ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen zu machen. Macht wach. Man fühlt sich gut. Tipptopp. das bedeutet, dass ihr eigentlich fast ist. Vielen Dank.